Hast du abonniert? Vielleicht? Ist egal. Hallo Leute, ich bin's, Laura und Harich. Das ist mein YouTube-Kanal. Und ja, ich hatte gerade Match, ich hatte sehr viel Spaß und ja, es geht ja auch darum, im Match Spaß zu haben. Und ja, vergesst nicht, das Video zu liken und zu abonnieren und auch Kommentare zu schreiben. Immer nur die Bonuskarten. Jetzt ist der andere raus. Immer nur los! Musik Sie trainieren. Hallo liebe Leute, Laura hat heute ein Match gegen SV Donau und sie trainieren, bevor sie im Match spielen, natürlich. Und, ja. Der Liesnach bei der Bank. Pass den zurück. Pass den. Sie kommen. Wer bald? Wie sagen sie? Vielleicht SV Donau. Mhm. Und Nummer sieben sind vorne. Und da passt zu... Tja, Nummer... Röte für Columbia. Nr. 17 passt zu Nr. 8. Ich meine Gegner. Also Nr. 8 hatte Ball. Und Nr. 7 hat mal... Der Pass läuft. Läuft wieder. Schießt. Hat noch gerettet. Was schießt auf? Also schießt auf. Ja. Und passt zu Nr. 9. Nr. 9 passt zu Nr. 4. Also, ja. Nr. 7. Die Gegner haben unter sich zu Nr. 8 gepasst. Ja. Und Nr. 8 passt zu Nr. 13. Nr. 13 passt zu Nr. 4. Nr. 4 passt zu Nr. 3. Und Nr. 3 passt zu Nr. 9. Nr. 9 geht nach vorne. Passt zu Nr. 13. Und die Gegner haben unter sich zu Nr. 4. Also, ja. Und... Und... Es wird unter fett, hat den Ball. Ich meine, ja. Nr. 10 passt zu Nr. 9. Schießt. Ja. Super. Kolumbia hat das Tor geschossen. Mit, äh, keine Ahnung, wer hat das Tor geschossen. Ja. 1 zu 0 für Kolumbia. Und gepfissen. Passt heute. Oh nein. Oh. Stefan hat Toren gemacht. Ich glaube, dass ich auch nicht. Ich bin nicht. Und dann bin ich zu. Die Gegner. Es war Donau. Und Donau hat jetzt den Ball. Und ja. Und Nr. 10 hat gerade rausgeschossen. Oh. Positif Ich möchte die Ballen Nummer 5. Nacht. Tadam. Uff. Unbeil ist leider draußen. Ja. Doch nicht. Es wird Unbeil. Es hat ein Ball und es sieht so aus, als hätten sie eine Schlange. Jetzt schießen wir es. Das war jetzt mal eine Welle. Ich war sehr schwer. Ja. Zum Beispiel. Und ... Yep. Hat Kopfball gemacht. Und nochmal Kopfball. Und Nummer 7 hat den Ball. Und Nummer 7 passt zu Nummer 15. Nummer 15 passt wieder ... Passt zu Nummer 16. Ja, 16. Nummer 16 passt nur Nummer 15. Nummer 50 schießt nach oben. Und passt zu Nummer 4. Nummer 4 hat Kopfball gemacht. Nummer 4 passt nur Nummer 7. Nummer 7 passt nur Nummer 9. Nummer 9. Warte. Ich schießt euch auf Gefühlen. Nicht vergessen, abonnieren, liken, vielleicht in die Kommentare schreiben. Hallo. Und Nummer 3 hat Kopfball gemacht. Kopfballflanke. Nummer 8 hat den Ball. Nummer 8 hat den Ball. Rettet noch den Ball. Es steht 1-1. Und? Die haben den Ball. Kolumbia schießt. Kolumbia schießt. Uh! 2-1. Kolumbia. Kolumbia. Herr Hermes. Herr Hermes hat ein Tor geschossen. Oh, der Ball ist draußen. Wir müssen die Raketenstarter und die Feuerwehr anrufen, damit die die Raketenstarter machen können. Es steht noch immer 2-2 und 4. Kolumbia. 2-2. Es steht 2-2. Und Nummer 3 hat wieder den Ball. Hör auf. Hör auf! Hör auf! Ja, der kann ja auch gehen, oder? Was ist das? Das war link rein. Nein, das ist der eigentliche Ort. Gebe hinter dir! Oh, was heißt das? Gleich ist Laura drin, glaube ich. Pass zur Halbzeit. Es steht 2-2. Es war Donau. hätte noch ein Tor geschossen, aber war daneben und der andere Ball war über dem Tor. Das war das Glück. Das Spiel beginnt jetzt mit Laura. Ich beginnt gleich. Duna hat den Ball. Der war zweimal von Duna hat den Ball. Der Ball ist für Kolumbia. Der Ball ist draußen. Kolumbia hat den Ball. Und Laura ist gefangen. Er schießt. Und Duna hat den Ball. Kolumbia hat Freistoß. Jetzt hat Kolumbia nach vorne geschossen. Duna hat Duna den Ball. Jetzt ist Freistoß. Was schießt? Gut, Loli hat gehalten. Und der Einwurf für Duna. Jetzt. Duna wirft ein. Und Loli hat den Ball. Schießt. 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 Duna hat Duna hat den Ball. Pass für das Rück. Und Nummer drei. Schießt. Und Loli hat den Ball. Schießt. 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 Preistoß und er verfehlt. Er passt zu den Mitspielern, Kolumbia schießt, Donau hat den Ball und der Ball ist draußen. Er wirft ein und Donau hat den Ball, er schießt nach vorne und hat den Ball, die Gegner. Jetzt nimmt Kolumbia den Ball, Donau schießt, und Donau hat ein Tor geschossen. Und Donau hat wieder den Ball. Er schießt und Donau hat den Ball. Er schießt nach vorne und Kolumbia schießt auch nach vorne. Jetzt hat der Schießrichter frei. Donau schießt und jetzt hat der Donau den Ball. Und jetzt schießt, Donau hat den Ball gehalten. Spielt zu Ende. 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 Spielt zu Ende.